Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu League of Legends mit dabei ein nicht sehr selten gesehener Gast überhaupt nicht ich müsste mal was kaufen dann war maßnahme war um das will ich mit mir wollte ich mich verarschen auch ein paar Heidelberg um nun er da kommt immer her ja auch nicht in der Nr. Fester die Passport wenn die Minderung ausliegen darfst ich will einfach die und meinten Kuchen oder Ich laufe und laufe und laufe noch ein Stück. Sag mal, wenn ich... Ja, ich hatte es, ich hatte es gerade. Was ist denn hier los? Wenn er nicht die fragmentiert ist, hat er mehr Frames? Hä? Jetzt hatte ich es wieder. Was? Ey, dass er sich beim Laufen nicht bewegt. Irgendwas stimmt hier nicht. Manchmal habe ich es. Warte mal, hier kommt 6 hin. Dann kommt hier 7 hin. Okay. Da war es. Hä? Ich musste meine Tastaturbelegung ändern. Die Rocketmaus hat auch die zwei an der Seite, die zwei Tasten nicht mehr. Oh, ich habe einen Luchs in der Mitte. Voll steil, was da? Es geht voll steil. Wir kriegen ja nicht mal einen Monat die ersten zwei Stunden Ausfall, diese Fotzen. Aha. Ja, du bestimmt, ne? War mir schon klar. Es fängt, die Begründung war, das ist, es fängt ja um 9 an, also mit Verlängerung ist es ungefähr so und so spät. Habe ich mir nur gesagt, du Arschloch. Das nennt sich Klassenlehrer. Das ist bestimmt sowas, der Schulleiter, aber scheiß drauf. Der Schulleiter hat gesagt, der Klassenlehrer kann entscheiden, ob er halt... Perfekt. Ja, vielleicht. Leel. Was haben sie denn nur für Nerven? Große. Große. Nervenstränge. So, ich glaube, ich tue der Luchs nicht mehr weh als sie mir. Ich habe jetzt zwei Fähigkeiten eingesetzt, die ist fast tot. Ich fahre immer meinen Farmdiener. Und jetzt bin ich eigentlich relativ safe. Verstanden. Wie wäre es mal mit Treffen? Ist gar nicht so einfach, ja? Was sagen die alle so leicht? Ich kann das. Das kann ich sogar noch mit 3 Promille Indus. Ne. Aber auf jeden Fall. Halt drauf an, bei was? So, gleich mal zwei Minions geholt aufeinander. Leul, ich bin doch schlecht, Alter. Lass mich in Ruhe! Ja, da, 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 ich brauche Level 4 und dann ganke ich. Also der Luchs, wenn er die Stunt kriegt, ist problemlos zu hohen, die kann nichts. Ich meine, sogar ich krieg fahren. Und die hat Angst vor mir. Alter, das war jetzt aber synchron angegriffen hier oben. Ich renne mal Mitte. Äh, wie soll ich so wenig leben? Ah. Ich versuche, jemand sich den Rauschpushen zu lassen, die Gebäudeverdiener nicht. Äh. Flat, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Und nochmals, verpiss dich. Nein, ich hab den großen Minion mitgekriegt. Ach, doch. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich bin hier nur zur Zierte. Also pushen tut, die, die sind ja wie ein Boss, ja, aber, äh, nicht treffen. Okay, Landseite. Nein. Was? Wo, wann? Wo kam der, 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 wo kam, wo kam die, die Anus her? Weißt du, was Analgesie ist? Weißt du, was Analgesie ist? Steht bei uns in der Schule auf so einem Plakat bei den Therapeuten hier, weißt du, Ergo und Physio und Heil, äh, Kinderpfleger und Heilpfleger in den Gang, da weißt du. Woher soll ich das wissen? Weiß ich nicht. Da stand auf jeden Fall Analgesie. Oder wir haben es einfach falsch, äh, da kam nur der Spruch von den anderen. Die dürfen nur nicht wissen, dass wir einen Realschulabschluss haben. Also, aber mit Level 6 geh ich da mal kurz zurück. Ich brauch Level 6. Tja, jetzt bin ich weg. Wo bin ich hin? Ich würde nur sagen, ich war worden. Einmal schnell über die Toppen. Mit dir, egal. Schleiß drauf. Polis, allmal mehr. Oh, nein, nirr dich hierher. Ich krieg dich, ich krieg dich. Ich hätte auch aufhören können zu schlagen, wenn du willst. Na, da kommt die Nase. Da kommt einfach meine Nase. Na, da geht auch so. Na gut, ich muss eh immer back. Ich brauch einfach nur mein fucking Money. Ja, ich brauch Money kriegst du so oder so. Ja, darum geht's ja. Ich brauch Money. Da kommt eine Bank aus, Alter. Nein, das ist uncool. In-game, Junge. Ja, in-game die Bank, Junge. Schreib's mal an Riot. Ich melde mehr Geld. Mehr Geld in-game. Ich will mehr 5000 Startgold starten. 15.000, das ist gleich erst mal. Vielleicht sind's. Bist du full-billt? Ja, jedenfalls. Hast du instan, erst hast du 3, 4 Icons. Halbiert. Gut, also 2 und 3, da komm ich ohne Probleme hin. Signalisiert, vorsichtig zu fallen. Vorsichtig, ja. Nicht reingehen. Ich denke, die Endpumpster macht dir immer Schaden oder was. Oh man, die Lux tut sich ja richtig an rausbrechen. Das ist ja wie Brasilien. Oh, da war doch so. Weißt du nicht mehr? Brasilien, Deutschland. Da war der Fußball. Oh, fuck. Da ist natürlich der Yi noch. Ey, da war ein Yi. Klar, wie ist der die Mumu rübergekommen? Du weißt doch, schieten ist ein und alles. Ja. Wer schieten kann... Der da reingekommen, der Mumu war auf der... ...de anderen Seite. Er hat plötzlich Teleport oder was? Ja, klar. In-Game-Wechsel. Ich geh jetzt erstmal weg. Und jetzt muss ich aus dem Ding, was ich kaufe. Mir hat er auch schon gereicht, SS. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Wer denn? Das Dreckvieh. Die Mistgeburt. Auf Vladimir, oder was? Ja, klar, die Mistgeburt. Ich glaube, dass du es kann. Ich glaube, ich darf halt... Geh drauf, geh drauf, geh drauf, Junge. So, ich soll drauf. Gut. Ich kann reinspringen. Der ist im Busch. Ich könnte auch mal hochkommen. Scheiße. Ich mach' mich mal hier. Ich brauch' nur ein Assist. Ach du Scheiße. Das war jetzt aber nicht sehr geil. Ach du Scheiße. Ja, natürlich. Was denkst du denn? So, ich hab' das mal kill geholt. Denkst du? Wollte ich eigentlich nicht so gezielt Phoenix spielen, ne? Heute nicht. Morgen aber. Und heute, ich muss jetzt einfach mal ein Red Buff. Ein Red Buff. Entschuldigung, ich bin aber schon low-life reingegangen. Das war dir bewusst. Die fieten einen hier. AD Carry Bot Lane. Ich gehe mit dem auch kurz snacken, den AD Carry Bot Lane. Ich weiß nicht, wieso die Lulu so scheiße spielt, aber ich hab' komplett... Ich hab' sogar schon mal allein die Bot Lane gerockt. Ich hab' schon mal allein die Bot Lane gerockt. Das ist why? Weil nämlich mein ADC inkompetent war und erst mal 10 Stunden gebraucht hat, er ins Game reingekommen ist. So, es war 2-0. Ja, ich hab' Blubber. Flath, verpiss dich jetzt ein... Ey, jetzt reicht's aber endgültig. Ich brauch' Damage. Na, Flath. Na, du. Markiert den äußeren Turm. Euer Team hat einen Turm zu schützen. Very nice. Boah, dieser... Hätte ich jetzt auch gesagt. Verpiss dich, verpiss dich! Verpiss dich, Junge! Mach' dich, Messer! Häng' ich dir eigentlich im Farm hinterher? Oh, ja. Oh, ja, oh. Nein, kriegst mich nicht. Kriegst mich nicht. Heute nicht. Du kleines Opfer. Schekel. Was geel, bei mir. orden. Am, пожалуйста.